hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal das letzte video war ja am 12 4 21 da denkt man sich man macht eine kurze pause und dann wird die kurze pause ein bisschen länger etwas habe ich jetzt wieder bock wir fangen an mit arg und zwar die neue karte ich habe auf der karte es hat mich nur gespoilert gar nichts ist wilder blind reingehen mit euch und die karte erleben und einfach schauen was es neues gibt die neuen dinosaurien themen und einfach spaß haben gemütlich alles schild so meine ganzen das brauche ich sowieso nicht ja das brauche ich auf jeden fall war so oft wie ich meine dinosaurier verlier kann man sich gar nicht vorstellen wie nützlich das ist so farme ist auch noch der war fragt noch praktisch da muss man nicht haben warum nicht denn den schöneren megalodon den finde ich einfach wunderschön da muss dabei sein also nicht lang reden weiter geht es ziemlich schnell auf 10 passt zweifache xp ja damit man schnell ein paar punkte zusammen kriegen warum nicht so gedrückt habe ich schon oder ja schaut so aus geht schon los die leute die sich gefragt haben oder sich fragen was ich denn in diesem jahr pause gemacht habe familie hier familie da privat leben da privat leben dort ganz ganz bleichen ort man haben mit ganz ganz roten haaren das ist das ist ein bildschirm auch an es gibt gar keine rot es ist noch nicht wer so kräftigen blonden jüngling mit blauen augen sonst so ein klassiker stereotyp weil wir ein nordmann sind haben wir schultern wie ein henker und ja normal und breite also für meine ich aha ja wie schaut im echten leben ausschauen da habe ich mehr bart und gleiche frisur frisur kommt immer gut der oberarme braucht ja oberarme wenn er schmied wäre aber mensch nein du bist du wultag odinson natürlich ja leicht fangen wir an freu mich ich gemacht ah die musik ist schon mal schön und wer kennt und selbst spielt der weiß so man schaut man dreht sich um man wird von dem raptor gefressen haben wir da zum glück nicht damals fünf steine ja ist okay das mit dem zweifacher level abgeschwindig vielleicht noch ein bisschen schnell da haben wir gleich Partys ja ihr wisst es noch nicht aber ihr seid dann meine männlich weiblich ihr seid dann meine eierlegefabrik und anfangs leder versorger das kann das zeichnen da unten in der ecke ah gleich einmal den megalodon normale fische also jetzt ich meine ich weiß ja nicht ob ihr im Kopf habt wie der megalodon in arg ausschaut aber schaut das nicht irgendwie heiliger aus der schaut gerade ein bisschen aus als wenn er schnurrbart haare hätte ja du klick von dir begrüßen und so nett hallo so schauen wir mal zwei auf resistenz und einer auf gewicht weil ich über was tragen können dann brauche ich das und das das und ein Speer auf jeden Fall ein Speer da 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 Waffen primitiv na kommt eine Spitzhacke ich hoffe ihr kommt gleich auf die 1 das weiß ich gar nicht mehr das letzte mal abgespielt nein kommt es nicht das letzte mal abgespielt das ist schon den einen oder anderen Mond zieht das her da ja resistenz das kommt natürlich nicht automatisch runter ah ja jetzt merke ich was ich habe da was verstellt für den Server habe ich in der Gameini was verstellt was im Server keine Wirkung gezeigt hat weil sie logischerweise in der Gameini verstellt worden ist ich bekomme jetzt nicht einen Punkt auf Gewicht pro ausgegebenen Punkt sondern gleich 5 Punkte ist jetzt ein bisschen cheat möchte ich jetzt nicht sagen ein bisschen ja ich nutze mein schwaches Gedächtnis und habe das komplett vergessen jetzt bin ich am überlegen ernsthaft ob ich jetzt die Aufnahme abbreche da und das umstelle oder ob ich weil ich jetzt gleich 2 Folgen aufnehme oder ob ich das jetzt für die 2 Folgen eben lasse für die 1 Stunde die ich jetzt spiele oder halt dauerhaft dauerhaft weil ich meine jetzt bekomme ich da 50 Kilo mit einem Punkt und ja 4 Resistenz und mag es glaube ich eines wenn ich mich richtig daran erinner die das die 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 vor allem ein nordmann nordmänner brauchen kisten und betten und drei speere und eines das ist das was der was der mr diesel im trailer hat oder auch keine namen dann gehe ich dabei viel auf resistenzen was habe ich denn für einen okay da haben wir schon den ersten feind wie schaut der spiel aus lustig ich kann doch kein eisen verarbeiten habe eine speerspitze die ausschaut als wenn sie aus also wer hat mir aber mein leder holen mit dem leder kommt doch definitiv auch ein bisschen fleisch mit dem fleisch habe ich einmal etwas gehört habe ich schon einmal hungersorge 1 weniger damit kann ich mal den ersten improvisierten leder trinkbeutel machen warte mal großen lasse ich weiß nicht wie weit ich weggenommen was bist du lebe 90 50 aber ein weibchen menschen menschen brauchen für die produktion dabei noch nicht mit einer hunderte menschen und dann machen wir das 50er menschen weg ist ganz einfach überleben ein bisschen fleisch ein bisschen leder ein ein 345 dann stehe ist das breite le kochen ein lagerfeuer also ich weiß nicht ist es kohlen exiles da ist jetzt auch eine eine neue also das mit der zauberei herauskommen mir fällt der nagel gerade nicht ein ich glaube bei konen exiles da müsste ich aber noch einmal ausprobieren hat er sich automatisch zumindest stoffrüstung und so geschichten angezogen wenn man sie gecraftet hat das weiß ich jetzt nicht immer mehr auswendig jetzt ein bisschen brauche ich dabei nicht brauche ich nicht brauche ich nicht die kohlen vom dienst privat tragt der mann brille warum nicht auch so was bist du für ein level von 90 könnte ich eigentlich kann ich schon mit bula ab wann ist die bula ab 9 das ist auf jeden fall wichtig auf jeden fall die s plus version dann schauen wir weiter ich hoffe ich laufe jetzt nicht gleich mit dem raptor in die in die fänge weil ich habe nur kurz ein video gesehen den überflug über die karte und da gibt es ein paar richtig 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 nette gegen wo man sich niederlassen kann was bist du für level hoffentlich nicht 150 140 na kommst du erster der erste uhr zwei spärbereichen nicht ich laufe in eine sackgasse das ist das bin ich drei spärbereichen nicht auch gut dankeschön ah der hätte du der ein gutes haustier abgeben vier kopftreffer respekt kann man nichts sagen oder was sagst du die kleine scheiße so darf man scheiße schon sagen also in meinem alter darf man alles sagen da sind zwei ja das sollte ich also das sollte ich nicht nur einen pfeil am bogen ran weil meine nachkampf habe ich ein bisschen auf leben meine nachkampf skills sind jetzt gut so essen oder achso nein ich bin sehr gut in meinem leben ich denke mal gerade warum bin ich rot so 1 2 weil ich sicher einen zerteppern werde munition wie viel geht 21 machen lagerfeuer kommt gleich runter hat dritten schluck hat vergessen zum auffüllen dann drin keinen schluck dritten schluck lade nach 21 schuss wir haben hier 135 also mit pfeil am bogen bin ich wesentlich besser und leute die art spielen die wissen dass das arg ein shooter spiel ist heißt zumindest so in der brauche ich keinen oder ganz im ernst dann machen wir ein bisschen auf geschwindigkeit es ist ja auch schon der tipp in dem ladebildschirm du musst nicht schneller sein als der dinosaurier nur schneller als deine freunde damit der dinosaurier zuerst gefressen wird einfach shops jetzt laufst du weg vor irgendwas leichter vor dir leichter vor dir ich liebe ja mal shops die sind von 80 was müsste haben seltene blumen jahrs wo kriege ich das seltene blumen her ich glaube ich bin da auf einem ehr da schaut sehr nett aus ja also das ist schon vom design her richtig richtig nett was willst du haben 130 tippeer tippeer habe ich nicht sei mein oh wie nenne ich dich oh shops ah könnt ihr die kommentare schreiben wie ich nennen soll wie ich sie nennen soll oh eine werte dame ja ja mit dem kleinen hunger dann haben wir ein Reit hier ein bogen du folgst mir oder du bist auf neutral gefühl jahrzehnte her im kopf und alles noch da du kannst gleich einmal die fache kommt raus das kommt wieder rüber leben hast du eigentlich gut mein 448 schaden das ist also wenn man wenn man drauf sitzt ansonsten rennen die städte davon level 140 wird man die ganzen hohen tiere jetzt schon hingeschickt eine sehr natürlich wirkende stein konstellation da wo ich mit der speerspitze hinzeihe fisch fangen den legen wir raus ja ich weiß nicht das ist das schmecken das ist mein lagerfeuer jetzt braten wir uns ach so das hast du jetzt braten wir uns da ein bisschen daraus wieder ein level ab gewicht wir holen uns ein paar feuersteine weil feuersteine ist gleich pfeile pfeile ist gleich nicht sofort tot ach so stroh vergessen wir haben kein stroh aber wir haben präume komische geräusche jetzt habe ich natürlich auch richtig 200 ok gut große mittel natürlich das 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 Rüstung. Martin, wer will. 15 Unterkühlung. Ach, naja. Mir wäre nicht so viel kalt. Ich habe es da. Und ich schaue, was das für ein Level hat. Das fühlt ja. Nein, ich schaue nicht. Oh, das ist ein netter Walter. Schaut aus, als wäre er einmal vom Großtor der Zorn hineingefahren. Das sind so Algen-Schwamm-Pilz-Dinger. Schau. Da kommt der Hobby-Meeresbiologin mir durch. Schildkröte, schaut sehr schön aus. Oh, ein malerischer Wasserfall. Wollen wir nicht mal einen Wasserfall bauen, wobei wir haben, ja wir haben Stein, wir haben Holz, wir haben Wasser. Na, 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 na nicht. Wir haben zumindest einen Vogel, der hier seine Runden zieht, den wir dann vielleicht sehen dürfen. Ach, siehst du, die nächsten paar Level mache ich auf Ausdauer. Wir haben diese, ich nenne sie liebevoll, stille Vögel, die ich ja mehr liebe als, man darf das Zielwort gar nicht mehr sagen. Jetzt kommt der Moment meines ersten Ablebens. Das habe ich im Gefühl. Oh, die haben richtig schöne Farben. 55, leider schade. Und von 90. Noch ein Moschops. Eine Herde aus Moschopsen. Und da sind drin, dann gleich einen Schluck. Wir füllen unser Wasser auf, weil... Der Ledersack ist ja undicht. Wie willst denn du haben? Auch die Intubären. Ja, aber ich kann jetzt nicht hunderttausend Moschops erzählen. Ich meine, ich meine, kann ich schon, aber... Oder ist noch ein Roter Moschops unten. Noch ein Track. Das ist ein Pilgromastax da unten, gell? Also, ja. Ich kann jetzt den Button für das Fernglas sehr oft drücken. Wenn man es nicht craftet, hat man es nicht. Ich gehe viel zu unvorsichtig herum eigentlich. Ich habe... Oh. 140er Weibchen. Du bist auf jeden Fall... Du kommst ins Team. Nein, Pilgromastax. Pilgromastax ist ein passiv gezähmter Dinosaurier. Hast du Futter, das er mag, im letzten Slot? Achtung, Pilgromastax gezähmt. So. Das krieg bitte ich. Muchas gracias. Du bist auf neutral... Nein, auf neutral, Entschuldigung. Du folgst mir, ja. Und kommst da rauf. Okay. Gut, das war jetzt mein kleiner Ausflug um die Ecke. Ist er noch ein Pilgromastax? Ja. Was mache ich mit Zweien? Ach, sowas daneben schießen tut schon weh. So, jetzt habe ich einen halbtoten Pilgromastax. Ein Weibchen. Ja. Du. Ich meine, der eine war schon genau zwischen die Augen. Also ich meine, man muss ja ab und zu, muss man sich selbst loben. Und der war schon nicht schlecht. Na dann komm halt mit. Kommst ja mit, oder? Ja. Das grüne ist ein Paarer. Gut, also wir haben auf jeden Fall jetzt genug Fleisch durchgejagt. Vielleicht wollte ich mal ein Floß bauen und da... Oh, da hinten der Wald. Wenn ich so... Also der Wald da hinten... Was ist los mit dir? Der Wald da hinten schaut ja so relativ blass aus. Und wenn ich jetzt so rüber gehe... Hat der so richtig schöne Herbstfarben. Der hat aber da oben auch so richtig schön Winter. Oh. Ah ja, stimmt. Das ist ja der Yggdrasil, der Weltenbaum. Ah, herrlich. Junger Vogel. 55. Wenn ich dich jetzt umbringe. Kommt ja. Daneben schossen. Also... Ah, man muss eindeutig wieder mehr spielen und da ein bisschen Zielwasser trinken. So. Flaschen. Alles kommt mit. Wir sind überladen. Das macht nichts. Tragst dir alles du. So. Ich hab 20 Fleisch. So. Ich wollte von dir ein bisschen dein Futter. Die Witzen. Das bekommst du, dass du uns nicht verhungerst. Die andere Hälfte. Kommst du? Bitteschön. Ich hab keine Ahnung, was ich durchsgrillen soll. Ich hab halt mein Lagerfeuer. Lassen sie mich durch. Ah, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde. Und ich bin gerade mal ein bisschen... Nein. Ja, jetzt muss er stehen während dem Kacken, also ganz im Ernsten. Kampfmusik im Hintergrund. Und was macht der Moshoff das aller... Also... Man muss ja Prioritäten setzen. Erstmal kötteln. Gut. Mal abkennt. Schaut so aus. Sehr schön. Wie viel kann ich da noch tragen? Einiges eigentlich. Erstmal guckt das Grillfleisch rein. Ah, Grillerei wird's auch was Feines. Komm runter. Wo ist du? Komm runter. Nee, das war's der so. Warum hab ich jetzt pfeifen? Man weiß es nicht. Gut. Also man kann sagen, man war nicht untätig. Ich hab drei Dinosaurier in der ersten Folge. Gut. Halt. Oh, da ist Moshoffs Valley. Die. Die. Die schauen wir noch durch. Und den... Halt. 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 Bist du? 25. Tintu Pär. Nein. Was bist du? Was willst du haben? Halt. 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 Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Würde mich freuen, wenn es mal schreibt in den Kommentar, ob es euch gefallen hat oder nicht. Einen Daumen hätte ich gerne. Einen Abo hätte ich gerne. Denn das freut doch jeden. Und ich sag, bis in die nächste Folge. Tschüss, baba.